Die erfolgreichste, zurzeit erfolgreichste Gruppe in Japan hat sich gefunden um den Trompeter Terumasa Hino. Der Schlagzeuger der Gruppe ist der Bruder von Terumasa, Motohiko Hino. Der Bassist ist Yoshiyo Ikida. Gitarre spielt Kiyoshi Sugimoto. Takao Uematsu bläst Tenorsaxophon. Und hier ist Terumasa Hino. Applaus Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Musik 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 Musik